Musik Moin seins meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Infovideo. Etwas sehr, 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 sehr Wichtigen. Ich hab keinen Plan, wann dieses kleine Video angehen wird. Am besten gleich. Und wir, ja, am besten gleich, wir nehmen das Ganze jetzt hier um genau 20 Uhr auf. Das sollte sich auch nicht länger, um eine Minute, deswegen machen wir es einfach mal ganz kurz, meine Lieben. Also, der YouTube-Channel, ich weiß nicht, wie Max es gemacht hat, ob der einfach Obergott ist oder einfach nur ein verdammter Hacker. Er hat es auf jeden Fall geschafft, vor dem 7. November den YouTube-Channel zu entsperren. Das heißt, ab morgen dürft ihr wieder mit weiteren LPs rechnen, Brickforce, Assassin's Creed, Minecraft, einfach alles. Also, wir haben fett aufgenommen. Ich hab richtig viele Videos auf Platte, allein schon Brickforce sind mindestens 11 Stück. Assassin's Creed nochmal 4. Es wird auf jeden Fall richtig geil werden. Tut mir leid, er ist so lange gesperrt, von dir könntest du immer wieder sagen, der Channel wurde einfach gesperrt, weil Max und Alex ist zu sehr mit Passwort-Erinnern bekriegt haben. Ansonsten, das war's eigentlich von dem Infovideo, wir seht ihr dann mehr in den nächsten LPs sehen. Nur noch, kleine Info am Rande, ne, wir sind dann nächste Woche im Urlaub, deshalb werden da automatisiert Videos kommen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte erst... Deswegen kommt auch nächste Woche nur Minecraft Season 2. Freut euch drauf, mein Lieben, ist das echt lustig geworden. Aber Brickforce und so leider nicht, weil ich da einfach zu langsam im Internet Geschwindigkeit habe zum Hochladen. Ein Video dort bei mir eine Nacht, also nur damit ihr einen Plan habt. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Video schauen, die normalen Gründe, warum ihr das Video gesperrt habt, daraus bin ich in vielen Brickforce-Videos eingegangen. Max wahrscheinlich auch in seinen Displays. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin, haut rein, ciao. Tschüss.